Kapitel 1 Begegnungen mit drei First Nations in Kanada Worum handelt es sich in Kapitel 1? Kanada, wie wir es heute kennen, wurde von den Beiträgen vieler Kulturen geprägt. Manche dieser Kulturen stammen aus anderen Orten, wie zum Beispiel Europa und Asien. Manche stammen genau von hier, dazu gehören die Kulturen der First Nations, Metis und Inuit-Völker in Kanada. In diesem Kapitel werden wir drei der First Nations in Kanada erforschen, die Mi'kmaq, die Haudenus-Ane und die Anishinabe. Alle haben ihren Sitz in Ostkanada und waren unter den ersten Völkern, die Europäern begegnet sind. Hauptfragen Was waren die unterschiedlichen Arten, wie die Gesellschaften der Mi'kmaq, Haudenus-Ane und Anishinabe aufgebaut wurden? Wie beeinflussen Geografie und Umgebung Kultur und Identität? Wie können Verbindungen mit der Vergangenheit wichtig für die Identität sein? Unterschiedliche Strukturen der Mi'kmaq, Haudenus-Ane und Anishinabe-Gesellschaften Bereite dich vor Dieser Abschnitt stellt drei Geschichten über die Mi'kmaq, Haudenus-Ane und Anishinabe-Gesellschaften vor. Die Geschichten enthalten historische Informationen über die soziale und ökonomische Struktur dieser Gesellschaften. Sie werden dir dabei helfen, Antworten auf die ersten zwei Hauptfragen in diesem Kapitel zu formulieren. Was waren die verschiedenen Weisen, wie die Gesellschaften der Mi'kmaq, Haudenus-Ane und Anishinabe aufgebaut wurden? Wie beeinflussen Geografie und Umgebung Kultur und Identität? Wenn du diese Geschichten liest, suche nach Beispielen für Die Entscheidungsprozesse dieser Gesellschaften Wie diese Gesellschaften das Land nutzten Die Technologien, die diese Gesellschaften nutzten Die Rolle von Frauen in Entscheidungsprozessen Die Rolle von Männern in Entscheidungsprozessen Bedenke auch, wie diese Geschichten uns davon erzählen, wie Jugendliche von ihren Ältesten lernten. Welche Art von grafischen Mitteln würde hier helfen, Notizen beim Lesen zu machen? Schlage die Möglichkeiten auf Seite 388 bis 391 im Kompetenzbereich nach In diesem Kapitel werden wir drei Fürstnations erforschen, die ihren Sitz in Ostkanada hatten. Diese Gesellschaften waren unter den ersten, die französischen und britischen Menschen begegneten. Die Europäer kamen nach Nordamerika, um das Land zu erforschen und zu beanspruchen. Französische und britische Entdecker hatten am Ende tiefgreifende Einflüsse auf diese Fürstnations und auf Fürstnations auf dem ganzen Kontinent. Um diese Einflüsse zu verstehen, müssen wir zuerst die sozialen und ökonomischen Strukturen der Fürstnations vor dem Ankommen der Europäer verstehen. Ein Hinweis zu Namen und Identität Wenn jemand deinen Namen falsch ausspricht, korrigierst du ihn fast automatisch. Warum? Inwiefern drückt dein Name etwas Wichtiges über dich und deine Identität aus? Die Namen der Fürstnations können verschiedene Formen annehmen, was wichtig zu verstehen ist, wenn du die Namen im Internet, in einer Bibliothek oder in einer Enzyklopädie nachschlagen willst. Manchmal hat sich eine neue Rechtschreibung entwickelt, die über die richtige Aussprache der Namen aufklärt. Manchmal existieren falsche Namen, weil die Europäer sie falsch gelernt haben. In manchen Fällen bevorzugen Fürstnations andere Namen. Warum ist es wichtig, die Namen, mit denen Menschen sich selber beschreiben, zu kennen und zu verwenden? Das traditionelle Land der Mi'kmaq, Haudenosaunee und Anisinabe Jede Fürstnationsgesellschaft hatte, und hat noch immer, soziale und ökonomische Merkmale, die nur auf ihrer Kultur beschränkt sind. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Mi'kmaq, Haudenosaunee und Anisinabe, weil sie unter den ersten waren, die Kontakt mit Europäern hatten. Du könntest also sagen, dass Geografie das Hauptthema dieses Kapitels geprägt hat. Wie bestimmte die Geografie, dass die Völker im Osten von Nordamerika den ersten Kontakt mit Europäern hatten, noch vor den Völkern aus anderen Gebieten auf dem Kontinent? Mi'kmaq, Mi'kmaq, andere Namen, Mi'kmaq, M-i'kmaq Der Name Mi'kmaq stammt vom Wort Mi'kmaq. Es bedeutet, meine Brüder, in den 1500 und 1600 brachten die Mi'kmaq den Europäern dieses Wort als eine Begrüßung bei. Seither verwendeten die Europäer dieses Wort auch, sprachen es aber falsch aus Mi'kmaq anstatt Mi'kmaq. In den 1980ern änderten die Mi'kmaq die Rechtschreibung des Wortes, um seine richtige Aussprache zu bewahren. Anisinabe Anishnabi Andere Namen, Ujibwe, Ojibwa Die Fürstnations hatten Namen füreinander, die ihren selbst ausgewählten Namen nicht immer entsprachen. Ujibwe ist ein gutes Beispiel dafür. Auf Algonquin bedeutet es käuseln und bezieht sich vielleicht auf die gekäuselten Nähte auf den Mokassins der Anisinabe. Dieser Name hatte auch verschiedene Formen, wie Ojibwa, Ujibwe, Ujibwek. Die Franzosen hörten ihn als Zschippe war eine Variante, die die Anisinabe lieber nicht verwenden. Anisinabe ist der selbst gewählte Name des Volkes und bedeutet das ursprüngliche Volk. Haudenosaunee Haudenosaunee Andere Namen, Irokesen, Konföderation der sechs Nationen Haudenosaunee bedeutet das Volk des Langhauses und stammt von dem Namen des traditionellen Wohnbaus des Volkes. Die Haudenosaunee nennen sich nicht Irokesen. Der Name Irokesen ist eine französische Variante des Namens, den die Auendat, eine feindliche Nation der Haudenosaunee und ein Verbündeter von Frankreich während des Pelzhandels, ihnen gegeben hatten. Miesel und Membatu Eine Geschichte über die Mi'kmaq-Gesellschaft Diese Darstellung von historischen Ereignissen wurde mit dem Rat und der Unterstützung von Rot-Jedore, Mi'avpukek Fürst, Nation erarbeitet. Dank seiner Neugierde sitzt Miesel diesmal ganz schön in der Klemme. Hier stand er, bis zum Hals im Wasser, während das Feuer rings um ihn herum aufflammte. Er sollte seiner fliehenden Familie folgen. Aber er ging zurück, um einen besseren Blick über die hungrigen Flammen zu bekommen, die sein Heimatland Unamakai verschlangen. Nun das Einzige, das ihn rettete, war dieser große runde Teich, gegraben von seinem Volk, um Süßwasserfische zu züchten. Er konnte die glatten Körper der Forellen spüren, die an seinen Beinen vorbeiglitten. Tränen rollten über Miesel es Wangen, nicht nur wegen des Rauches, aber auch weil er dachte, dass sein junges Leben von nur zwölf Sommern vielleicht schon zu Ende sein könnte. Er konnte jetzt nur seine Augen schließen und seinem Schöpfer ein verzweifeltes Gebet schicken. Wie lange er im Teich stand, wusste er nicht. Einige Zeit später bemerkte er, dass die Flammen ruhiger geworden waren. Ein kühler Regen fiel und löschte das Feuer. Er schleppte sich aus dem Teich und lief vorsichtig und etwas benommen, über das immer noch rauchende Land, um seine Familie zu finden. Miesel und Membatu Eine Geschichte über die Mi'kmaq-Gesellschaft Diese Darstellung von historischen Ereignissen wurde mit dem Rat und der Unterstützung von Rot-Jedore, Mi'avpukek-Fürst. Nation erarbeitet Dank seiner Neugierde sitzt Miesel diesmal ganz schön in der Klemme. Hier stand er, bis zum Hals im Wasser, während das Feuer rings um ihn herum aufflammte. Er sollte seiner fliehenden Familie folgen. Aber er ging zurück, um einen besseren Blick über die humrigen Flammen zu bekommen, die sein Heimatland Unamakai verschlangen. Nun das Einzige, das ihn rettete, war dieser große runde Teich, gegraben von seinem Volk, um Süßwasserfische zu züchten. Er konnte die glatten Körper der Forellen spüren, die an seinen Beinen vorbeiglitten. Tränen rollten über Miesel es Wangen, nicht nur wegen des Rauches, aber auch weil er dachte, dass sein junges Leben von nur zwölf Sommern vielleicht schon zu Ende sein könnte. Er konnte jetzt nur seine Augen schließen und seinem Schöpfer ein verzweifeltes Gebet schicken. Wie lange er im Teich stand, wusste er nicht. Einige Zeit später bemerkte er, dass die Flammen ruhiger geworden waren. Ein kühler Regen fiel und löschte das Feuer. Er schleppte sich aus dem Teich und lief vorsichtig und etwas benommen, über das immer noch rauchende Land, um seine Familie zu finden. Sein Großvater tadelte ihn für seine Dummheit, aber nicht für lange Zeit. Jetzt, da das Feuer ihre Jagdgebiete zerstört hatte, berief die Gemeinschaft eine Versammlung ein, um zu entscheiden, wie sie den Winter überleben konnten. Da er schon einen Elch getötet hatte und sich deshalb als Mann bewährt hatte, nahm auch Miesel an der Versammlung teil. Seine Mutter und seine zwei Schwestern waren auch dabei, sie hatten aber keinen Einfluss auf die Entscheidung. Der Schnee könnte jeden Tag kommen, sagte ein Ältester, der im Kreis von ungefähr 150 Menschen saß. Wir haben noch Zeit, im Fluss nach Aal zu fischen, und wir können später junge Kabeljau unter dem Eis angeln, sagte ein Fischer. Das wird aber nicht reichen. Es wird wenigstens drei Sommer dauern, bevor die Bäume nachwachsen, und dann werden nur die kleinen Hirsche zurückkommen, wandte ein Jäger ein. Das unarme Kai-Volk sprach weiter und ihr ausgewählter Leiter, der Sakamath, hörte zu. Als der Ältestenrat einen Plan vorschlug, mit dem das ganze Volk einverstanden war, stimmte er ohne weiteres zu. Ein Läufer würde nach Süden zum naheliegenden Piktok-Gebiet geschickt werden, um flehentlich zu bitten, ob sie deren Jagdgebiete vorübergehend teilen könnten. Später beriefen sie eine Versammlung des Großen Rates ein, um eine längerfristige Lösung zu finden. Als der Läufer mit einer positiven Antwort vom Sakamath der Piktok zurückkam, bereiteten sich die Menschen darauf vor, zu Fuß und auf Kanus zu reisen. Alle packten leise, tief betrübt, dass sie ihr Heimatland und ihre Vorfahren, die hier beerdigt sind, verlassen müssen. Doch nicht alle Miesel konnte seine Aufregung kaum verbergen. Die Piktok empfingen sie herzlich. Miesel liebte den Geruch der neuen Wikwams aus Holz und Birkenrinde, die die Piktok für sie aufgebaut hatten, und er half sogar den Frauen bei ihrer Arbeit, als sie das Lager errichteten. Er pfiff glücklich, als er Steine für die Kochkessel sammelte, während seine Schwestern bequeme Matratzen für die Ältesten aus immergrünen Zweigen webten. Miesel probierte sogar das Walfleisch, das seine Gastgeber ihm anboten, weil er wusste, dieses Tier war speziell für ihr Ankunftsfest harponiert worden. Als sich die Sakamafs aus allen sieben Gebieten der M.I. K.M.A.G. Nation für den großen Rat versammelten, war Miesel sehr beeindruckt von dem, was zunächst passierte. Jedes Gebiet sogar das Ärmste wollte die Ehre haben, das Unamakai-Volk aufzunehmen. Der Leiter von Miesel-S-Volk, der vor drei Sommern auch als großer Sakamaf von den regionalen Sakamafs benannt wurde, war viel geliebt von dem Volk aus jedem Gebiet. Alle Bedürftigen bekamen von ihm das, was sie brauchten, Fisch, Fleisch, Früchte, Wildgemüse, und Medizin aus Rinder und Wurzeln. Miesel-S-Sakamaf stand vor einer schwierigen Entscheidung. Das Volk aus jedem Gebiet zeigte solche Großzügigkeit. Er entschied sich am Ende für das reiche Kesbukwetg-Volk. Sie waren so hoch erfreut, dass sie Miesel-S-Volk mit Geschenken von Spaltholzkerben voller getrockneter Fischen überschütteten. Um eine Freundschaft zwischen den zwei Gemeinschaften zu fördern, brachte der Kesbukwetg-Sakamaf-Familien aus seinem Gebiet mit Familien aus Unamakai zusammen. Auf diese Weise würden die Neuankömmlinge persönliche Helfer haben, die sie bei der Umstellung auf ihr neues Zuhause unterstützten. Miesel-S-Familie wurde mit einer Familie zusammengebracht. Die einen Jungen hatte, der genauso alt wie er war. Er mochte den unkomplizierten Member 2 gleich, als er ihn kennenlernte, und die zwei liefen sofort weg, um den ganzen Tag lang zu fischen. Jahre später, als sie vor einem Abendfeuer saßen, musste Member 2 ein schwerwiegendes Geständnis ablegen. Ich muss sagen, dass ich dem Schöpfer gedankt habe, dass er dein Land niederbrennen ließ. Wäre das Land nicht zerstört worden, hätte ich dich nicht als einen Bruder gewonnen. Nun gut, antwortete Miesel, der seine Erinnerungen wieder aufleben ließ. Ich bin stundenlang mit den Forellen im Teich geschwommen, während das Feuer rings um mich herum tobte. Aber bald hatte ich davon genug und ich habe dem Himmel befohlen, sich zu öffnen. Ein erfrischender Regen fiel und löschte die Flammen, und somit habe ich mein Volk gerettet. Dein Volk gerettet? Ha! Also das Feuer hat dich fast umgebracht, oder? Glücklicherweise hat der Schöpfer dich gerettet, weil es nicht deine Zeit zu sterben war. Wir mussten uns doch noch kennenlernen und gemeinsam viel Unsinn treiben. Miesel nickte mit einem Lächeln. Sein alter Freund kannte ihn gut. Manchmal lässt der Schöpfer einen Hirsch entkommen, aber dann zeigt er dir Entenäier im Gras, die deinen Hunger auch stillen können. Hintergrundinformation über die Mi'kmaq Die sieben Gebiete und der Große Rat, die Regierung der Mi'kmaq wurde in sieben Gebieten organisiert. Jedes Gebiet hatte mehrere regionale Leiter Sakamavs, die von den ältesten Räten ausgewählt und beraten wurden. Einmal im Jahr trafen sich die regionalen Sakamavs bei einem Gemeinderat. Jeder Gemeinderat wählte einen Sakamav aus, um als Vertreter im Großen Rat aufzutreten. Die sieben regionalen Sakamavs im Großen Rat trafen sich normalerweise auch einmal im Jahr. Der Große Rat beriet die Mi'kmaq-Gemeinschaften über die besten Gebiete, wo sie jagen, fischen und ihre Lager errichten konnten. Der Rat pflegte auch Beziehungen mit anderen Fürst-Nations. Jahreszeitliche Wanderung Die Mi'kmaq wohnten traditionell im Sommer nah an der Küste und im Winter entfernt von der Küste, im Wald. Diese jahreszeitliche Wanderung erlaubte ihnen, die Ressourcen des Landes am besten auszunutzen. Im Sommer fischten und jagten sie Meeressäugetiere, wie Z.B. Wale. Im Winter jagten sie Tiere im Wald, wie Z.B. Elche. Sie veränderten das Land nicht, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Sie entwickelten einen Lebensstil, der die Gegebenheiten und die Ressourcen des Landes am besten ausnutzte. Beige und das Heiratsversprechen Eine Geschichte über die Gesellschaft der Anisinaabe Diese Darstellung von historischen Ereignissen wurde mit dem Rat und der Unterstützung von Blegdebassige, Miki-Gehen-First-Nation erarbeitet. Trägst du Miki-Zi für eine Weile, älterer Bruder? Jammerte Nodin. Das schwarz-weiße Hündchen schlängelte sich und kratzte ihn in seine Arme. Beige schüttelte den Kopf und arbeitete weiter an seinen Pfeilen. Ich bin nicht derjenige, der den armen Miki-Zi in die Beine geschlagen hat, oder? Nähe ein, aber er ist so schwer. Meine Arme tun weh, sagte Nodin, schmollend. Also jetzt weißt du, wie sich Miki-Zi's Beine anfühlen. Deswegen befahl Mishomis dir, ihn für den ganzen Tag herumzutragen und dich um ihn zu kümmern. Hat er schon was getrunken? Nein. Also nimm ihn zum Fluss. Er kann für eine Weile herumlaufen, aber dann musst du ihn wieder tragen. Mishomis will, dass du dich geistig entwickelst. Er erteilt dir eine Lektion darüber, wie man freundlich mit allen Lebewesen umgeht mit Menschen, Vögeln, Pflanzen und sogar auch verwahrlosten kleinen Hunden. Nodin seufzte und verlagerte das Gewicht des Hundes in seinen Armen. Mit hängendem Kopf schleppte er sich zum Fluss. Bish richtete sein Augenmerk auf das Feuer. Er hatte noch fünf Pfeile in der Hitze des Feuers zu biegen. Bish hatte Spaß daran, allein und weg von der ständigen Aktivität im Sommerlager zu arbeiten. Er und seine Familie waren erst vor kurzem aus dem Winterlager angekommen, wo sie mit einer anderen Familie in der kalten Jahreszeit gelebt und gejagt hatten. Jetzt wurden die Tage immer wärmer und, wie jedes Jahr, hatten sich Familien versammelt, um alte Freunde zu treffen und neue kennenzulernen, um Nahrung zu sammeln, um an Sport und Zeremonien teilzunehmen und um Hochzeiten zu arrangieren. Es muss schon mehr als hundert Menschen hier geben, dachte Bish. Er war ein schüchterner Junge oder vielleicht fühlte er sich einfach in verschneiten Wäldern mehr zu Hause, wo er allein mit seinen Hunden Hirsche verfolgen konnte. Doch bald würde er auch mit den Männern hinausfahren, um die Störe, die in den Untiefen schwimmen, zu harponieren. Seine Mutter und Schwester würden mit den Frauen arbeiten, um Beeren und Pflanzen zu sammeln, und auch um Bish's Lieblingsspeise, nach Hirschfleisch, zu ernten Wildreis, der in den Marschen wächst. Bish war froh, dass er als Mann geboren war, damit er Wild jagen und sein Volk versorgen konnte. Er war ein guter Jäger, auch wenn er weder eine geschickte Zunge noch die Überzeugungskraft seines Vaters hatte. Bish und sein Vater waren beide Mitglieder des Kranichdodem. Ihre Rolle war es, ihr Volk zu führen. Ausgebildet in Geschichte, Tradition und Redekunst, war sein Vater seit einigen Jahren durch Konsens Ogimua geworden. Seine Gemeinschaft schätzte seine selbstlosen Führungsqualitäten und auch seine Jagdfähigkeiten. Bish blickte hinauf. War das wirklich sein Vater da oben, der ihm zurief? Hier bist du, grüßte sein großer Vater ihn, außer Atem. Sohn, die Leiter treffen sich, und dein Name wurde genannt. Ich werde dir auf dem Weg erklären warum. Komm! Während die zwei schnell liefen, erzählte Bish's Vater ihm, was passiert war. Die Potawatomi sind zu uns gekommen auf der Suche nach Fleisch und Fällen für diesen Winter. Als Gegenleistung werden sie uns Bohnen und Mais schenken, viel mehr als wir je bekommen haben. Plötzlich spürte Bish die kräftigen Hände seines Vaters auf seiner Schulter, und beide hielten an. Der ältere Mann blickte in die Augen seines Sohnes. Um dieses Bündnis mit den Potawatomi zu schließen, haben wir schon abgemacht, dass du die Tochter von einem Oginua der Potawatomi als deine Frau empfangen wirst. Somit werden die Potawatomi vertrauenswürdige Mitglieder unserer Familie. Als Bish's Augen immer größer wurden, drückte sein Vater seine Schulter noch fester. Mein Sohn, es tut mir so leid, dass ich dich so überrascht habe. Aber die Potawatomi sind einen weiten Weg gekommen und warten ungeduldig auf eine Antwort. Ich finde es nur gerecht, dass du jetzt an den übrigen Besprechungen des Rates teilnimmst. Traditionelle Werte Respekt vor der Schöpfung In dieser Geschichte lernt Bish's kleiner Bruder eine Lektion fürs Leben. Menschen müssen jeden Teil der Natur respektieren, auch verwahrloste kleine Hunde. Nach dem Glauben der Fürstnations umfasst die Schöpfung die sichtbare, materielle Welt und auch eine unsichtbare, geistige Welt. Alles Sichtbare und Unsichtbare ist miteinander verbunden, und der Schöpfer ist in allem gegenwärtig. Um ein gutes Leben zu führen, müssen Menschen respektvolle Beziehungen mit jedem Teil der Schöpfung pflegen mit Menschen, Tieren, Land und Himmel, mit allem. In den traditionellen Gesellschaften der Fürstnations sammelten Menschen keinen Reichtum. Sie nutzten das Land nur, um ihre Grundbedürfnisse zu stillen. Sie glaubten, dass die Schöpfung ihren respektvollen Lebensstil belohnte, indem sie sich ständig erneuert. Alles ist miteinander verbunden wie das Blut, das eine Familie vereint. Der Mensch schuf nicht das Gewebe des Lebens, er ist darin nur eine Faser. Was immer ihr dem Gewebe antut, das tut ihr euch selber an. Häuptling Seattle, Squamish Nation, 1854 Innerhalb der riesigen Kuppelstokur, die speziell für Versammlungen gebaut wurde, saßen Männer und Frauen in einem Kreis. Beech sah die ältesten, andere Ogimuas, und Mitglieder der Midewin-Gesellschaft. Ein Sprecher der Potawatomi stand unter ihnen, auf seinem linken Unterarm war eine Scherpe mit lila und weißen Muschelperlen drapiert ein Wampumgürtel. Als der Sprecher fertig war, stand ein Ältester der Anis-Hinabe auf, um zu antworten. Dieses Bündnis klingt ja gut, ich rate aber zur Vorsicht. Ich stelle die Frage, was nutzt der Mais und die Bohnen der Potawatomi, wenn diese Heirat für uns bedeutet, dass wir den Potawatomi mit ihrer Verteidigung gegen ihren wilden Feind, die Mohawk, helfen müssen. Wir sind ein friedliches Volk, schrie jemand, und die Ratskammer explodierte in einem Stimmengewehr. Beechs Vater, zum Sprecher der sieben anwesenden Anis-Hinabe-Dodems ernannt, hob seine Arme hoch und beruhigte den Rat. Wir werden keine Entscheidungen treffen, bis wir, die Leiter, alle Argumente und Bedenken von jedem hier gehört haben. Nur dann werden wir uns entscheiden, was für das Überleben unserer Anis-Hinabe-Nation am besten ist. Und ich, dachte Beech im Stillen, muss ich jetzt meine Kindheit hinter mir lassen und ein Ehemann werden. Er wusste schon, dass er im Entscheidungsprozess seines Volkes das volle Recht zu sprechen hatte. Würde er mutig genug sein, um seine inneren Gedanken zu äußern? Hintergrundinformation über die Anis-Hinabe Dodems, Sitten, die Anis-Hinabe-Gesellschaft bestand aus Sitten, jede Sippe mit unterschiedlichen Verantwortungen. Die Sitten arbeiteten zusammen, um Gleichgewicht und Ordnung in der Gesellschaft zu fördern. Ein Mensch wurde Mitglied von der Sippe seines Vaters. Innerhalb der Sippen behandelten die Menschen einander wie Brüder und Schwestern. Edward Benton-Benayi, ein Gelehrter der Anis-Hinabe, beschreibt die folgenden Beispiele von Sitten und ihren Verantwortungen. Kranich, Sitocher Führerschaft Diese zwei Sitten arbeiteten zusammen, um eine ausgeglichene Regierung zu fördern. Sie waren nicht immer einig, aber deshalb wurde jede Entscheidung vorsichtig überprüft. Fisch Bildung, Gelehrsamkeit Diese Sippe brachte den Kindern Fähigkeiten und Werte bei. Sie half auch dabei, Konflikte zwischen den Kranich und Sitocher-Sitten zu lösen. Bär Polizei Die Bärsippe patrouillierte um die Dörfer und Lager herum. Sie lernten auch, welche Pflanzen nützlich für Medizin sind. Huftiere Bedürfnisse der Gemeinschaft Diese Sippe sicherte, dass die Gemeinschaft immer angemessene Unterkunft hatte und sie organisierten die Unterhaltung. Mitglieder dieser Sippe waren gegen Gewalt und waren oft Dichter. Marder Verteidigung Mitglieder dieser Sippe waren Jäger, Krieger und militärische Strategen. Vogel Geistliche Bedürfnisse Die Vogelsippe repräsentierte das höchste Niveau der geistigen Entwicklung und des Wohls für ihre Gemeinschaft. Midewin-Gesellschaft Die Midewin waren Männer und Frauen mit besonderen Begabungen als spirituelle Leiter und Heiler. Menschen hatten großen Respekt vor ihnen. Die Midewin wählten ihre Mitglieder sehr vorsichtig aus, und sobald jemand auserwählt wurde, begann er eine geheime Ausbildung in acht Stufen. Die Midewin brachten ihrer Gesellschaft die Wichtigkeit von einem guten Leben bei. Sie benutzten Medizin, um die Kranken zu heilen, deuteten Träume und Visionen, und übermittelten heilige Lehren und Lieder. Santee und Gantowisa Eine Geschichte über die Gesellschaft der Haudenosaunee Diese Darstellung von historischen Ereignissen wurde mit dem Rat und der Unterstützung von Brenda Davis, Kai-Uga-Förstnation erarbeitet. Jetzt träumt Santee schon die dritte Nacht von derselben Person. Eine alte, müde Frau humpelte zu einem Bett aus Maisstängeln und rollte sich auf der grünen Matratze zusammen. Sie sagte Santee, sie wollte für eine Weile ruhen. Beim Frühstück am nächsten Morgen, beschrieb Santee die alte Frau aus ihren Träumen und ihre Großmutter hörte ihr aufmerksam zu. Sie hat solch ein freundliches Lächeln, aber ihr Rücken ist gekrümmt, und sie sagt, dass sie sich ausruhen und sich stärken muss, erzählte Santee Gantowisa, bevor sie davon hüpfte. Santee ging, um den Müttern der Schildkröte-Sippe dabei zu helfen, einer Gruppe von kleinen Mädchen das Nähen beizubringen. Gantowisa verweilte tief in Gedanken bei ihrem Essen. Als sie aufstand, lief sie direkt zu den Maisfeldern. Sahen die Maiskolben kleiner aus? Vielleicht. Aber bis jetzt hatte das Dorf genug zum Essen. Als landwirtschaftliches Volk, blieben die Haudenosaunee für viele Jahre an einem Ort, wo sie Mais, Bohnen und Kürbis anbauten. Der Wald lieferte ihnen Beeren, Wurzeln, Ahornsirup und Wild. Aber wenn der Boden ausgelaugt wäre, gäbe es bald Missernten. Vielleicht war es nun an der Zeit umzuziehen, darauf deutete Santes Traum hin. Vor fünf Jahren hatten die Sippenmütter die Hojani, die Leiter der Mohok-Nation, darum gebeten, einen neuen Wohnort zu finden. Nach eingehenden Diskussionen kamen sie zu dem Entschluss, dass der Mais schlechter war als in anderen Jahren. Vielleicht hatte er zu sehr unter dem späten Regen im Frühling gelitten? Alle waren sich einig, dass es noch viel Wild im Wald gab. Der Standort des Dorfes war von wichtiger Bedeutung für die Ältesten. Hier war es, wo der Friedensstifter sich den Mohikanern gezeigt hatte. Er saß auf einem großen Baum und forderte die Mohikaner auf, den Baum zu fällen. Er fiel mit dem Baum in eine tiefe Schlucht, aber er tauchte unverletzt wieder auf. Die Mohikaner hatten danach sofort das große Gesetz des Friedens angenommen. Der Stumpf des Baumes überlebte und die Dorfbewohner konnten in die Tiefe der Schlucht hinunterblicken, um sich zu erinnern. Unter dem Druck ihrer Verantwortung begann Gantowisa Informationen zu sammeln. Sie suchte einen der besten Jäger der Nation auf. Ja, es stimmt, wir gehen immer weiter, um genug Fleisch für das Dorf zu kriegen, bestätigte er. Gantowisas Untersuchungen nahmen ihre ganze Zeit in Anspruch. Santee sah ihre Großmutter nicht, bis zur Schlafenszeit am nächsten Tag. Großmutter, du siehst besorgt aus, bemerkte Santee. Ja, ich überlege gerade, ob die alte Frau in deinen Träumen nicht die Mutter Erde ist, und sie uns auffordert, einen neuen Standort für das Dorf zu finden, damit sie sich ausruhen kann, antwortete Gantowisa. Ich kann mir aber nicht vorstellen, von hier wegzugehen, rief Santee. Seit deiner Geburt mussten wir nicht umziehen. Aber die Mutter Erde hat viel von sich selbst hier gegeben und ich glaube, sie ist müde. Es ist vielleicht jetzt an der Zeit, dass wir neues Land für unser Volk finden. Wer wird entscheiden? fragte Santee. Ich werde den Sippenmetern die Idee vorbringen, und wenn sie auch empfinden, dass die Zeit richtig ist, werden wir mit den Huyane sprechen. Die Huyane werden die endgültige Entscheidung treffen. Wird es auch vor den Großen Rat gebracht werden? Wir werden den Großen Rat informieren, aber die 50 Häuptlinge der Haudenosaunekonföderation treffen Entscheidungen über andere Probleme, ob wir Krieg erklären, Handelsbeziehungen beginnen, oder mit einer anderen Nationen einen Vertrag unterzeichnen. Der Friedensstifter lehrte, vor allen Menschen und allen Dingen Respekt zu zeigen, oder, fragte Santee. Genau, mit Respekt können Menschen besser zusammenarbeiten. Erinnerst du dich an diese Geschichte? Der Friedensstifter hielt einen Pfeil hoch und brach ihn, aber er konnte die fünf zusammengebundenen Pfeile nicht brechen. So zeigte er das große Gesetz des Friedens, Stärke liegt in der Einheit Menschen arbeiten zusammen zum Wohl der Gemeinschaft. Santee gähnte und Gantowisa brachte sie ins Bett. Sie blieb eine Weile am Bett ihrer Enkeltochter während diese schlief und erinnerte sich daran, als Santee klein war. Gantowisa war dankbar, dass Santee immer ein ehrliches, geduldiges und gutherziges Mädchen war. Die Sippenmütter, die sich um die Kinder kümmerten und die nächste Generation von Leitern vorbereiteten, passten genau auf diese Qualitäten auf. Am nächsten Tag half Santee den Müttern der Schildkröte-Sippe einer Gruppe von Mädchen das Herstellen von Mokassins aus Leder beizubringen. Ihre Großmutter kam auf sie zu. Die Sippenmütter sind sich einig, dass wir wegen der Zeichen in der Natur darüber nachdenken müssen, neues Land zu finden. Die Hoiane haben unseren Rat angenommen, sagte Gantowisa. Wann ziehen wir um? Noch lange nicht. Pfadfinder werden nach neuem Land suchen, und alle müssen dieser neuen Lage zustimmen. Santee vergaß nie, wie aufmerksam Gantowisa den Nachrichten aus der Geisterwelt zuhörte. Sie trat auch in die Fußstapfen ihrer Großmutter und wurde selber eine vielgeliebte und respektierte Sippenmutter. Führerschaft Diese Geschichte berichtet über die traditionelle Weise, wie die Haudenosaunee ihre Leiter auswählten. Die Gesellschaften der Fürstnations hatten auf viele Weisen ihre Leiter ausgewählt und Entscheidungen als Gruppen getroffen. Zum Beispiel hatten die Leiterautorität nur nach allgemeinem Einverständnis. Sie hatten keinen großen Einfluss auf und keine Kontrolle über andere. Kein Mensch wurde dazu gezwungen, den Leitern zu folgen. Leiter entwickelten sich als Menschen mit Fähigkeiten und Kenntnissen, die die Gruppe förderten. Die Menschen entschieden sich, den Leitern zu folgen, denn sie respektierten sie und vertrauten ihrem Urteil. Vor allem war das Wohl der Gemeinschaft und des Landes für die Leiter am wichtigsten. Die Ältesten der Bigstone-Kri-Nation in Alberta erklärten zum Thema Führerschaft. Ein guter Leiter hört seinen Menschen zu, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, und er gewährleistet, dass jeder seine Meinung zur Entwicklung der Gemeinschaft äußern darf. Ein Leiter muss mit offenem Herzen und freiem Geist leben. Die Wurzel der Führerschaft muss sich im Land und in einer Verbindung mit Mutter Erde befinden. Ein Leiter muss stark, ehrenwert und vertrauenswert sein und muss den Bedürfnissen der Nation treu bleiben. Die heutigen Leiter müssen gewährleisten, dass die Traditionen der Nation und auch ihre Sprache weiterleben. Sie müssen mit gutem Beispiel auf traditionelle Weise vorangehen, aber sie müssen auch ausgeglichen sein, auf der Suche nach Bildung sowohl in der Kultur ihres Volkes, als auch an Universitäten und Colleges. Gabriel und Clemens Andersson, Ältesten, Bigstone-Kri-Nation Übersetzt von Kri von Darell Andersson-Geritz, OSAF Moskwa, 2005 Hintergrundinformation über die Haudenosaunee Das große Gesetz des Friedens Die Kanavida der Friedensstifter brachte den Haudenosaunee das große Gesetz des Friedens. Das große Gesetz des Friedens etablierte eine Konföderation von fünf und am Ende sechs Nationen, die Kai-Uga, Mohikaner, Oneida, Onondaga, Seneca und Tuskarora. Obwohl sie in unterschiedlichen Gebieten wohnten, verschiedene Sprachen sprachen, und ihre eigenen Sippen und Dorfräte hatten, nahmen sie alle das große Gesetz des Friedens an. Das große Gesetz des Friedens legte Regeln für die Regierung fest, wobei jede Mitgliedsnation der Konföderation eine gleichwertige Stimme und den gleichen Status hatte. Der große Rat, Entscheidungen der Konföderation wurden von einem Rat mit 50 Häuptlingen getroffen. Diese Häuptlinge waren die Huiani. Die Leiter der Haudenosaunee waren Männer, aber die Sippenmütter wählten sie aus und berieten sie. Die Sippenmütter, der Stammbaum einer Person aus der Gesellschaft der Haudenosaunee wurde von der Mutter abgeleitet. Das System von Sippen, geführt durch die Sippenmütter, vereinte die Nation als eine Familie von Verwandten. Die Sippenmütter waren sehr mächtig. Sie wählten die Huiani aus. Wenn ein Huiani seinen offiziellen Verpflichtungen unter dem großen Gesetz des Friedens nicht nachkommen konnte, konnten die Sippenmütter ihn ersetzen. Wampum sind Muschelperlen, die in Gürtel oder in Schnüre gewebt werden. Wampum-Gürtel sind wichtige Aufzeichnungen von Verträgen und anderen Vereinbarungen. Oben siehst du den Hiavata-Gürtel, der das Bündnis unter den fünf ursprünglichen Mitgliedern der Haudenosaunee-Konföderation zeigt, die Seneca, Kai-Uga, Onondaga, Oneida und Mohikaner. Der Friedensstifter benutzte eine weiße Kiefer, um den großen Frieden der Haudenosaunee zu symbolisieren. Der Baum, die weiße Kiefer, Tiona-Atazakova, repräsentiert das große Gesetz des Friedens unter den fünf Haudenosaunee-Nationen. Die Äste repräsentieren den Schutz dieser Nationen unter dem großen Gesetz des Friedens. Die großen, weißen Wurzeln, die sich in vier verschiedenen Richtungen ausdehnen, eine nach Norden, eine nach Osten, eine nach Süden und eine nach Westen repräsentieren Frieden und Kraft. Jede Person oder Nation, die bereit ist, das große Gesetz des Friedens zu befolgen, wird diesen Wurzeln zum Rat des Friedensbundes folgen und kann gern unter dem großen Baum Schutz finden. Der Adler, der weit sehen kann, hat Platz auf der Spitze des Friedensbaumes, um das Volk der Konföderation bei Gefahr zu warnen. Die Waffe unter dem Baum zeigt, dass die Haudenosaunee alle Kriegswaffen in die Tiefe der Erde warfen. Die Waffen sind außer Sicht begraben, damit die Nationen der Konföderation keine Feindlichkeit mehr kennen. Das große Ganze im Blick behalten Wie die First Nations in ganz Kanada, leben auch die Haudenosaunee im Ikmag und Anishinabe in enger Verbindung mit dem Land. Diese Verbindung entsteht aus einer bedeutungsvollen Beziehung mit dem Land, das Land prägt und bestimmt die Lebensweisen der First Nations. Sie ändern das Land nicht, um ihren Bedürfnissen besser zu entsprechen. Jetzt weißt du etwas über die Haudenosaunee, Mykmag und Anishinabe und wie sie ihr Land nutzten. Was ist mit diesem Land heute geschehen? Inwiefern repräsentiert die heutige Landnutzung eine andere Vorstellung von dem Wert von Land? Landnutzung in Ostkander, 2005 Die Lehren der heutigen Ältesten Bereite dich vor In diesem Abschnitt gibt es drei Interviews mit heutigen M. Ikmag, Anishinabe und Haudenosaunee-Menschen. Es enthält Informationen, um die folgende Hauptfrage des Kapitels zu beantworten. Wie können Verbindungen mit der Vergangenheit wichtig für die Identität sein? Wenn du liest, frag dich, was die Menschen in den Interviews dir über ihre Identitäten klar machen wollen. Mach dir Notizen von mündlicher Geschichte, der Rolle von Ältesten und der Bedeutung von Spiritualität. Schlage die Möglichkeiten für ein grafisches Mittel auf Seiten 388 bis 391 im Kompetenzbereich nach, um dir zu helfen. Der Geist der Trommel Ein Interview mit den M. Ikmag Eastern Igle Singers Brian Knockwood von der Indianbrook Ersten Nation in Neuschottland erinnert sich an den Tag, als der älteste George Paul seinen Geist weckte und ihm die Macht der Trommel klar wurde. Ich war 16 Jahre alt und der Präsident von der kulturellen Gruppe an unserer Schule. Ich habe einen Ältesten eingeladen, um einige Lieder für uns vorzusingen. Ich hatte schon ein paar Pauwo-Lieder gehört, weißt du, die populären Songs, die viele Fürst-Nations gern singen. Aber ich hatte nie traditionelle Mi'kmaq-Lieder gehört. Wir fragten, ob wir im Hintergrund singen durften und er sagte ja, und bevor er wegging, hat eine Gruppe von uns schon begonnen, seine Lieder zu singen. Knockwood wurde Trommelmeister, jemand, der sich um eine Trommel kümmert und spielt. Zusammen mit seiner Trommel gründete er später die Eastern Igle Singers, eine von Kanadas besten Pauwo-Gesangsgruppen. Die Gruppe hat schon fünf CDs und mehrere Kompilationen herausgebracht. Greg Maher ist sein Leben lang ein Eastern Igle Singer gewesen. Er sagt, dass die Lehren der Ältesten und das Trommelspiel noch immer die Macht haben, Leben zu verändern. Das sollte nicht unterschätzt werden. Die Trommel hat die heiligen Lehren von unseren Vorfahren über Stolz, Ehre und Respekt wieder zurückgebracht. Sie hat mir ein Identitätsgefühl gegeben, ein spirituelles Erwachen und eine Erleuchtung, die, meiner Meinung nach, in uns allen existiert. Sie hat mir ein Geschenk gegeben, da ich jetzt die Geschichte von unserem Volk lehren kann. Ich bin kein Historiker. Alles, was ich über die Werte der M.I.G.M.G. gelernt habe, habe ich durch Erlebnisse gelernt. Für die Eastern Igle Singers war es eine Ehre, die heiligen Lehren von den Ältesten zu empfangen, deshalb bewahren sie jetzt das, was den Ältesten lieb und teuer ist. Knockwut erinnert sich an eine Gelegenheit, die er vor kurzem hatte, wo er eine Gruppe von jungen Sängern bei einem Pauwo beriet. Diese Jungs wurden aufgefordert, ein traditionelles M.I.G.M.G. Festlied zu singen. Die Ältesten hören gern die alten Songs mit den M.I.G.M.G. Wörtern. Aber die Sänger kannten nur populäre Pauwo, Lieder. Sie fragten mich, ob ich sie beim Singen von dem traditionellen Lied leiten würde und ich sagte ja, ich würde, aber unter einer Bedingung. Sie mussten mir versprechen, dass sie zurückkehren würden, um die traditionellen Songs zu lernen, was sie schon vorher hätten machen sollen. Die Geschichten der Anis Hinabe in Gemälden Ein Interview mit dem Anis Hinabe-Künstler Blake Debassige Seine ganze Karriere lang als Künstler des Woodland Style von Malerei malte Blake Debassige die heiligen Beziehungen seines Volkes, die Anis Hinabe, mit Geistern, Übernatürlichen und Tieren. Er will, dass Menschen sich daran erinnern, dass sie nur ein Teil eines fantastischen Gewebes von Lebewesen sind. Debassige verwendet Bilderschrift-Symbole, die keine Sprache benötigen, um diesen Grundsatz vom Glauben seines Volkes zu vermitteln. Er lässt sich von Gemälden auf Felswänden inspirieren und auch von den antiken Schriftrollen aus Birkenrinde, die noch immer von den Midewin bewahrt werden. Die Midewin ist die große Medizingesellschaft seines Volkes. Seine Bilder vibrieren mit Farben- und Röntgenanatomie. Seine Vorfahren, genau wie Debassige heute, malten auch die wichtigen, inneren Organe von Lebewesen. Dies zeigte ihre gründlichen Kenntnisse von Tieren, die sie sich beim Schlachten und bei der Weiterverarbeitung des Essens angeeignet hatten. Es zeigte auch ihren großen Respekt vor Tieren als Lebensspender. Norval Morisseau, ein weltbekannter Anis Hinabe-Künstler, machte den Woodland-Style von Malerei in den 1960ern populär. Er ließ sich von den traditionellen Lehren, die sein Großvater mit ihm teilte, führen. Genau wie Morisseau hat auch Debassige Älteste, die ihn führen. Sie beraten ihn bei der Verwendung von Symbolen in seiner Kunst und warnen ihn, wenn ein Symbol zu heilig für Gemälde ist, die öffentlich gezeigt werden sollen. Viele Künstler verlassen ihre Heimat, um erfolgreich zu werden, aber Debassige ist in seiner kleinen Gemeinde von Mekigeeng auf Manitoulin-Insel in Ontario geblieben. Er ist stolz auf die reiche Kultur seiner Gemeinschaft, gehegt von Ältesten und Menschen, die Tradition wertschätzen. Er teilt freizügig seine Kenntnisse über die Wotlandskultur mit allen, die lernen möchten. Es ist völlig eine Anis Hinabe-Einstellung und unterscheidet sich stark von dem Individualismus und Wettbewerb, die in unserer heutigen modernen Kunstwelt vorherrschend ist. Das heilige Spiel Ein Interview mit Haudenus Anelakrosse-Spielern Wenn deine Hockey-Mannschaft den Puck abfängt, an ihren Gegenspielern vor Bayer auscht und dann in der letzten Minute ein Tor schießt, um das Spiel zu gewinnen, jagt nicht ein Schauer über deinen Rücken? Wir haben es geschafft. Wir haben sie geschlagen. Wir haben gewonnen und sie haben verloren. Für viele von uns ist ein Spiel nur gut, wenn es das Gefühl von einem Wettbewerb gibt. Wir sind die Guten und sie sind die Bösen. Es ist aber nicht so für die Haudenus Anelakrosse-Spieler von Tevaratong oder Lacrosse, wie die Franzosen es nannten, die wissen, wie das Spiel entstand. Sie loben ihre Gegner für ihre Fähigkeiten und konzentrieren sich auf Respekt statt Rivalität. Lacrosse wurde zuerst von den Zwillingsbrüdern von Sky Woman in der Schöpfungsgeschichte der Haudenus Anelakrosse-Spiel. Sie sind vom Himmel gefallen, um Nordamerika auf dem Rücken einer Schildkröte zu erschaffen, erklärt Vassauron Quetilio Davis. Der 24-Jährige ist ein langjähriger Lacrosse-Spieler, dem die spirituellen Aspekte des Spieles von den Ältesten beigebracht wurden. Als die Zwillinge sich dafür entscheiden sollten, wer der Herr des Tages und wer der Herr der Nacht wäre, spielten sie Lacrosse und andere geistige Spiele, die ihnen vom Schöpfer gegeben wurden, um zu sehen. Wer das Recht auf den Titel her, gewinnen würde Zusammen mit Hockey ist Lacrosse eines von den offiziellen Nationalsportarten in Kanada. Die Haudenus-Anel haben seit Jahrzehnten Lacrosse gespielt, vielleicht noch länger. Viele Haudenus-Anel glauben, dass es den Schöpfer erfreut, wenn sein Volk Lacrosse spielt, denn sie brauchen viel körperliche, geistige und emotionale Energie. Davis spielt und kocht modernes, wettbewerbsfähiges Lacrosse in Oswegen, Ontario. Er erklärt die geistige Bedeutung des Spieles und auch warum es mit Ehre gespielt werden soll. Früher, wenn ein Ältester oder irgendjemand in der Nation krank war, stellte das Medizinvolk Medizin aus der Erde her, um sie zu behandeln, und es wurde ein Lacrosse-Spiel einberufen, um der Medizin mehr Macht zu geben. Sowohl Lacrosse als auch unsere gesunden Körper sind Geschenke des Schöpfers. Unser Volk glaubte, der Schöpfer würde den Kranken nicht vergessen, wenn wir ihm zeigten, dass wir seine Geschenke richtig einsetzen. Nach einigen heiligen Ritualen wurde das Spiel mit ehrlicher Anstrengung gespielt, und wenn der Kranke nicht wieder gesund wurde, zweifelte kein Mensch an der Entscheidung des Schöpfers. Es wurde auch gespielt, um diejenigen zu ehren, die große Werke für ihr Volk geschaffen hatten. Brenor Raneka-Hove-Jakobs hat Lacrosse gespielt, seit er acht Jahre alt war, und spielt jetzt für seine Mittelschule. Er hat den Rat von seinem Vater und Großvater, die das Spiel in ihrer Jugend spielten, zu Herzen genommen. Wenn du da auf dem Feld bist, musst du eine positive Einstellung haben, meint er. Das Spiel ist genauso aggressiv wie andere Vollkontaktsportarten, und die Spieler tragen Schutzausrüstung und Helme. Niemand ist nachtragend wegen unbeabsichtigten Schlägen, weil sie nie im Zorn ausgeteilt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.